Herzlich willkommen zum zweiten Advent-Special. Lasst uns den Weihnachtsbaum schmissen. Okay, fangen wir an. Schaut mal, hier liegen die Geschenke. Weihnachtsmann kommt dort von der Höhe. Jinglebells, Jinglebells, es ist wie ein Traum. Ich setze hier gerade auf den Kugel. Diese Kugel hier kommt natürlich ganz lang oben. Wenn in Schranke ganz geheimnisvoll die bunten Päckchen stehen, dann beginnt die schöne Zeit, auf die sich jeder freut. Und die Menschen sehen so freundlich aus und singen weit und breit. Oh, Jinglebells, Jinglebells, klingt's doch Eis und Schnee. Morgen kommt der Weihnachtsbaum, kommt dort von der Höhe. Jinglebells, Jinglebells, es ist wie... Das Lichtlein hält bei uns am Weihnachtsbaum. Jinglebells, Jinglebells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Hey, Jinglebells, Jinglebells... Das klingt doch jetzt schon relativ schön aus, oder? Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Dashing through the snow, in a one-horse open sleigh. Over the fields we go, laughing all the way. Bells unbuttering, making spirits bright. Oh, what fun it is to sing a sleighing song tonight. Oh, Jinglebells, Jinglebells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Hey, Jinglebells, Jinglebells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Is that something you can watch, just sorot to modelトling. When I got married in an one-horse open sleigh. Untertitelung des ZDF, 2020